So liebe Leute, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine Themennacht, wie immer donnerstags und unser Thema heute Nacht heißt Beine. Ich möchte mich rund um das Thema Beine mit euch unterhalten über Erkrankungen der Beine, über Unfälle mit Beinen oder wo die Beine betroffen sind, und vielleicht auch über Amputationen und natürlich auch über alles sexuell-erotische rund um das Bein. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über dieses und zu diesem Thema, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian.de. Mein erster Anruf heute Nacht, das ist der Björn und Björn ist 30 Jahre alt. Hallo Björn. Ja, hallo. Hallo Björn. Thema Beine. Ja. Warum wirst du an? Folgendes, ich hatte letztes Jahr ein ziemlich traumatisches Erlebnis, ich habe einen Unfall gehabt und zwar, um es kurz zu erklären, bin ich von einer Straßenbahn überfahren worden. Dabei ist mein rechtes Bein und mein linker Fuß zur Hälfte fast abgetrennt worden. Es musste dann amputiert werden. Die Ärzte haben noch sechs Stunden lang operiert, versucht, das Bein zu retten, aber es hat nicht geklappt. Also das Bein ist bis zur Hälfte verloren gegangen? Also das Bein ist fast komplett weg, das rechte Bein. Komplett weg? Und der Fuß, der linke Fuß zur Hälfte. Wie hat sich dieser Unfall ereignet und ergeben? Ja, das war wirklich einfach nur ein blöder Unfall. Ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen angetrunken. Ich war jetzt nicht sturzbesoffen, aber ein bisschen angetrunken. Ich bin dann aus der Straßenbahn ausgestiegen und bin dann gestolpert und habe mich versucht, an der Straßenbahn festzuhalten. Und genau in dem Moment ist sie losgefahren und ich bin dann in die Lücke zwischen Anhänger und Tripa gefallen und vom Anhänger überrollt worden. Das heißt, der Fahrer hat das wahrscheinlich gar nicht gemerkt, oder? Nee, der hat vorher noch in den Rückspiegel geguckt, wie ich aus irgendwelchen Berichten weiß. Der hat mich nicht gesehen. Und die Bahn ist dann weitergefahren? Ja. Das hat dann irgendjemand, ein Passant, das mitgekriegt und den Fahrer darauf aufmerksam gemacht. Was ist denn? Aber von da an weiß ich auch schon nichts mehr. Ich weiß nur noch, dass ich ausgestiegen bin und gestolpert bin. Und von da an weiß ich dann fünf Tage lang erstmal nichts mehr. Ach so. Du kannst dich an die Details dann nicht mehr erinnern. Nee. Ich wollte dich gerade fragen, was ist das für ein Gefühl in der Sekunde, wenn eine Bahn über das Bein fährt? Das weißt du nicht mehr. Nee. Also ich weiß nur noch, wie gesagt, dass ich ausgestiegen bin und wohl irgendwie gestolpert bin. Von da an weiß ich fünf Tage lang nichts mehr. Ich bin dann auf der Intensivstation wach geworden. Zum Glück waren meine Eltern da, als ich so zu mir kam. Das hat mich ein bisschen getröstet. Aber ja. Da war die Amputation schon vollzogen worden. Das war schon passiert. Und mit dem hat sich mein Leben natürlich total verändert. Ja. Als du aufgewacht bist, hast du das direkt gemerkt? Da fehlt was? Oder hat man es dir gesagt? Man hat es mir wohl gesagt. Also ich kann mich so an die ersten ein, zwei Tage, die ich wach war, nur so schemenhaft erinnern. Das ist ein bisschen wie im Traum gewesen, so die ersten ein, zwei Tage. Eben man so zu sich kommt. Ja. Aber ich war unter starkem Medikamenteneinfluss. Und deswegen war mir das noch relativ egal in dem Moment. Aber als dann die Medikamente langsam runtergesetzt wurden, ja, da fingen dann die Phantomschmerzen an und die ganzen Probleme. Das Ganze ist jetzt, was sagst du vorhin, wie lange genau her? Ähm, etwas über ein Jahr. Über ein Jahr. Ja. Die Sache ist auch die, ich habe Prothesen, ich habe, also ich habe über ein halbes Jahr im Krankenhaus verbracht, dann zwei Monate in der Reha und ich habe dann Prothesen bekommen. Und am Anfang habe ich relativ schnell gute Fortschritte gemacht. Da hatte ich noch die Illusion, ich kann vielleicht bald wieder relativ gut, vielleicht auch ohne Krücken laufen. Aber jetzt bin ich schon so lange am Üben und so lange am Laufen und es ist äußerst anstrengend. Und mittlerweile habe ich die Illusion nicht mehr, dass ich wieder vernünftig laufen kann, sondern ich denke, ich werde die beiden Krücken auf jeden Fall noch über Jahre brauchen und kann dann auch je nach Tagesform nicht allzu viel laufen. Ja, du sagst, der eine Fuß ist zur Hälfte weg. Ja, also praktisch die Zehen vorne alle. Achso. Die Ferse ist noch da und das hilft mir halt ein bisschen beim Gehen, dass das linke Bein noch da ist, aber es ist trotzdem äußerst schwer. Sind denn jetzt nach einem Jahr diese Phantomschmerzen auch noch da, dass du das Gefühl hast, da ist das Bein noch und das Bein schmerzt, obwohl es gar nicht mehr da ist? Schmerzen zum Glück nicht mehr so sehr. Ja, also die Phantomschmerzen waren am Anfang, die ersten Monate im Krankenhaus sehr schlimm. Ich muss dazu sagen, ich war früher auch drogenabhängig und dadurch haben die Medikamente nicht richtig gewirkt und deswegen hatte ich extreme Phantomschmerzen. Das hat sich aber jetzt einigermaßen gelegt. Ja, ich bekomme noch eine geringe Dosis an Schmerzmitteln und die reichen auch. Ich habe zwar ab und zu, das nennt man Phantomempfindungen, also so das Gefühl, dass noch was da ist, aber das sind keine Schmerzen, das kann man relativ leicht haben. Achso, das Gefühl, du hättest deine Zehen noch, obwohl die Zehen gar nicht da sind. Ja, zum Beispiel. Also das Knie spüre ich zum Beispiel noch oder den Fuß. Das ist ganz komisch. Was hast du vorher beruflich gemacht? Unmittelbar vor dem Unfall war ich arbeitslos, aber ein paar Monate davor habe ich in der Druckerei gearbeitet. Hast du zu der Zeit, also als der Unfall passiert ist, hast du alleine gelebt oder mit einer Partnerin zusammen? Nee, ich war alleine. Alleine. Wie ist das jetzt so? Und du wohnst jetzt im Moment auch wieder alleine? Ja, ist richtig. Wie kommst du, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, weil der gesamte Alltag muss anders angepackt werden, wenn man so etwas erlebt hat. Wie kommst du zurecht so in deiner Wohnung, mit dem Haushalt, mit dem Einkaufen, mit dem Waschen, Anziehen, Duschen und was man alles so machen muss? Ja, es geht. Also, ich sag mal, ich komm schon einigermaßen gut zurecht mit den Dingen, die man wirklich so tagtäglich erledigen muss. Also so Waschen, Anziehen, das geht alles. Es ist klar, viel schwieriger als vorher, aber es geht noch irgendwie. Einkaufen fahre ich immer mit dem Rollstuhl. Ich kann dann keinen Großeinkauf machen, sondern kaufe ich immer für zwei Tage ein. Ist denn deine Wohnung? Konntest du deine Wohnung behalten? Nee, das ging nicht. Die war viel zu klein und zu eng. Ich bin ja jetzt die meiste Zeit im Rollstuhl und daher musste ich eine behindertengerechte Wohnung bekommen. Da habe ich ein Glück im Unglück gehabt. Da war noch eine Wohnung in der Stadt, wo ich wohne, war noch zu haben und die habe ich dann auch bekommen. Also habe ich jetzt eine behindertengerechte Wohnung mit Aufzug. Insofern geht der Alltag schon relativ einfach, aber das Problem für mich sind mehr die psychischen Auswirkungen, die ich nach dem Unfall habe. Hast du, da bist du diesbezüglich nie behandelt worden, seelisch? Ja, nicht so richtig, dass es irgendwas gebracht hätte. In der Reha hatte ich zum Beispiel psychologische Betreuung. Das hat mich aber auch nicht wirklich weitergebracht. Also das heißt so, dass dieser dramatische Eingriff, der in deinem Leben da stattgefunden hat, den hast du eigentlich noch nicht verarbeitet? Nee, noch gar nicht. Ich versuche mich zwar damit abzufinden, aber in Wirklichkeit habe ich mich damit noch gar nicht arrangiert, dass ich jetzt wirklich 100% schwerbehindert bin. Wie ist das denn so mit Freunden im Freundeskreis? Sind die Leute, mit denen du früher befreundet warst, sind die weiter an deiner Seite? Nee, das ist genau gerade eine der Sachen, die mir sehr zu schaffen macht. Ich hatte früher einige Freunde, dachte ich zumindest, aber seit einigen Monaten ist der Kontakt da komplett abgebrochen. Ein paar von denen haben mich noch im Krankenhaus besucht, aber ich habe das Gefühl, die kommen mit der Situation auch nicht zurecht oder kommen damit noch schlechter zurecht als ich. Oder ist es einfach eine Feigheit und eine Schwäche, dass die Leute dann gehen? Vielleicht. Dass es denen zu lästig ist, sich mit einem Behinderten zu beschäftigen? Dass sie sich einfacher machen, indem sie sich einfach nicht melden, ja. Ich vermute es beinahe. Ja. Das heißt, da sind nicht viele. Wie viele Freunde hast du? Einen einzigen noch. Immerhin. Ja. Was ist so mit Familie, Eltern, Geschwister? Das ist auch sehr schwierig. Die meisten kommen da auch nicht so mit klar. Die haben zwar viele Versprechungen gemacht. Nach dem Unfall, wenn sie mich angerufen haben. Aber viel ist da auch nicht gekommen. Das Einzige, wo ich froh drüber bin, sind meine Eltern. Die unterstützen mich wirklich super. Ah ja. Also da kann ich mich nicht beschweren. Also immerhin, da sind die Eltern. Ja. Und da ist ein Freund. Ein Freund. Das ist ja schon mal... Da habe ich drei, vier Leute, die ich noch habe. Was schon viel ist, ne? Was schon viel ist. Ja, es ist besser als ganz alleine zu sein. Ja, 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 ja. Aber diese Leute haben halt nicht oft Zeit. Und ich habe schon das Gefühl, sie sind vereinsam mittlerweile. Was machst du den ganzen Tag über? Tja. Tja, es ist... Meistens bin ich sehr depressiv und habe überhaupt nichts Lust. Ich schlafe ziemlich viel. Also mein Tag-Nacht-Rhythmus ist auch total durcheinander gekommen. Also manchmal kann ich erst morgens einschlafen und schlafe dann bis Nachmittag. Das ist manchmal die Hölle. Auf die Dauer ist das natürlich nicht gut. Du könntest doch eigentlich, wenn es dir körperlich wieder einigermaßen vielleicht noch besser geht, könntest du doch irgendwie eine Umschulung machen oder noch auf eine Schule gehen, weil du könntest sitzende Tätigkeiten doch machen, ne? Ja, da habe ich mich auch schon ein bisschen erkundigt. Da gibt es so eine Art berufliche Reha, die ich machen könnte. Da würde ich mich auch für interessieren. Aber das Problem ist, dass erst mal meine psychischen Probleme irgendwie angegangen werden müssen, dass ich den Unfall verarbeiten muss. Also, nehme ich jetzt sehr ernst. Du sagst es mir jetzt schon zum dritten Mal. Und das heißt für mich, dass das wirklich für dich ein ganz, ganz gravierendes Problem ist. Solange du deine Psyche nicht im Griff hast, kannst du auch gar nicht so den neuen Alltag und das neue Leben anfangen und gestalten. Das heißt, es ist wirklich ganz dringend zu empfehlen, dass du zu einem Therapeuten, zu einem guten Therapeuten kommst. Ja. Ganz dringend. Würde ich dir dann auch wirklich raten, Björn. Ja, ich möchte das auch. Ja. Weißt du, wie man es macht und was man da alles so bedenken muss? Ich muss dazu sagen, ich war vor meinem Unfall auch schon in ambulanter psychiatrischer Behandlung. Also, ich habe vorher schon Depressionen gehabt. Das hat sich natürlich durch den Unfall noch alles verändert und noch extremer geworden. Ich habe nur das Problem, dass die Psychiaterin, bei der ich damals war, die ist nicht mehr tätig und ich habe mich ein bisschen bemüht, nicht allzu sehr, muss ich zugeben, ein bisschen schon bemüht, noch jemand anders zu finden. Aber ich habe jetzt in meinem Umfeld keinen Psychiater gefunden. Wäre natürlich gut, wenn das jemand wäre, der Psychiater und Psychotherapeutin, einer Person wäre, der dich dann wirklich rundherum gut betreuen könnte. Also, ich finde es sehr wichtig und möchte dich wirklich ermutigen, das anzugehen. Vielleicht ist das der Schlüssel für ein neues Leben, dass du dann wirklich auch andere Dinge starten kannst. Würde dir jetzt auch gerne meine Psychologin erstmal geben, dass du mit ihr vielleicht noch ein paar Details einfach mal durchsprichst. Was man wie wo anstellen könnte. Auf jeden Fall möchte ich dir sehr viel Mut und Kraft wünschen, Björn. Ich meine, du hast jetzt schon so viel ausgehalten und überstanden. Wenn du jetzt die nächste Hürde auch noch nimmst, sind die Aussichten ja doch ganz okay, dass du ein relativ normales Leben vielleicht wieder wirst führen können. Relativ, klar. Ja. Ja, ich versuche mir auch immer vorzuhalten, es hätte noch schlimmer kommen können. Aber wenn man ganz tief unten ist, hilft einem der Gedanke auch manchmal dann nicht. Nee, das stimmt. Das stimmt. Lieber Björn, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe und alles Gute und sehr viel Kraft und sehr viel Entschlossenheit, das auch durchzuziehen. Danke. Und wir rufen dich jetzt wieder an, du legst bitte auf. Okay, alles klar. Auf Wiederhören. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Beine, wenn ihr mit mir gerne über das Thema Beine sprechen wollt. Das kann ausreichen von der Krankheit der Beine bis hin zum Fetischbeine oder zu Absonderlichkeiten. Ich habe es gestern ja schon gesagt, habe neulich mal gelesen, dass es Menschen gibt, die eine erotische Attraktion bei Gipsbeinen empfinden. Ich wundere mich ja über gar nichts mehr, aber das gibt es eben auch, wenn mir darüber jemand vielleicht so ein paar Einzelheiten erzählen würde, mich würde es ja interessieren. Also das Thema Beine 0800 220 50 50, die Telefonnummer oder ihr meldet ganz einfach domian.wdr.de. Valerian ist jetzt hier. Valerian, stimmt das? Guten Morgen. Guten Morgen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Valerian, das ist richtig. Du bist 21. Das ist richtig. Valerian, zum Thema Beine. Genau, es geht darum, also ich bin ganz, also ein Hetero, aber ich stehe, also mich machen halt Männerbeine an. Oh, wie passt das zueinander? Ja, also ich weiß nicht, das ist mir ja vor fünf Jahren ungefähr aufgefallen beim Sport. Ich mache auch Fußball und irgendwie saß ich dann mal auf der Bank und habe mir so ausgiebig alle Beine mal betrachtet und irgendwie fand ich das so ganz ansprechend. Von den anderen Jungs? Ja, und habe mich dann auch nun auch damit intensiver auch befasst und ja, also wenn ich eine Freundin habe, schenke ich denen natürlich ja auch rein Wein natürlich auch ein, weil die sollen ja natürlich vorher auch gleich wissen. Woran sie sind mit dir. Wie bitte? Woran sie mit dir sind. Genau, genau. Sag mal, du sagst, du bist Stock-Hetro. Genau, aber bloß mich machen Männerbeine an. Ja, halt, lass mich jetzt fragen, ist das so ein rein ästhetisches Interesse, dass du denkst, die sind ja ganz schön oder es gibt halt auch schöne Verformungen oder ist es sogar, geht es hin bis zu einem sexuellen Interesse? Äh, also ich finde, ich finde das einfach schöner, dieses, also die männlichen Beine sind einfach, ich finde, trainierter, so ausgeprägter, beharrt. Ja, findest du schöner als Frauenbeine? Genau. Definitiv. Definitiv. Aber wenn du sagst, die sind, die sind schöner geformt, die sind muskulöser, die sind trainierter, wenn sie es denn sind, ähm, macht dich das sexuell an? Äh, ich onanier dann, also, ich kann das nicht, also, ich lebe das dann in meiner Fantasie aus, aber so, aber, also, ich stehe eher so auf Frauen, aber mich machen halt Männerbeine an. Aber du onanierst auf Männerbeinen? Genau. Also gibt es, auf diesen kleinen Punkt bezogen, gibt es eine, eine, ich sag mal, eine Bisexualität, nur auf die Beine bezogen? Genau. Ja, würdest du die gerne mal anfassen? Äh, ja, eigentlich, mich macht das ja an, also würde ich das auch gerne anfassen. Da bist du natürlich jetzt in einer sehr schwierigen Situation. Deine Hetero-Freunde, äh, würden dir einen auf die Finger kloppen, wenn du die Beine streicheln würdest wollen. Ja. Und wenn du mit einem schwulen Mann zusammen bist, der will dann noch mehr von dir. Ja, und das will ich wiederum wieder nicht. Also eine komplizierte Lage ist das. Ja, das stimmt. Ja gut, also, von meinen Freunden weiß das auch wirklich gar keiner her, außer meine beste Freundin. Sie toleriert das auch. Ja. Sie sagt, wenn du das toll findest, dann mach das ruhig. Ich hab da auch nichts gegen, das ist deine Sache. Ja. Ja, Männern ist das schwieriger zu erklären, weil das werden die gar nicht kapieren, wenn du es so erzählst. Darf ich sie mal ganz kurz grüßen? Die Jungs? Äh, nein, meine beste Freundin. Ach so. Ja, okay. Zwischenwurz mal ganz schnell. Matthias, Tatjana, schönen Gruß. So, Tatjana. Äh, bezieht sich das rein auf das Bein oder auf die Füße auch? Ähm, nur auf die Beine mit den Waden. Ich finde das einfach ausgeprägter und das behaartser. Also nicht auf die Füße, nur auf die Beine. Ja. Äh, also die Beine sollten schon behaart sein, die schönen Männerbeine. Ja. Ja. Ja, die sollten gut muskulös sein. Ja, am besten schon. Ja. Gibt es denn, du bist Fußballer und Fußballfan, da hast du dir wahrscheinlich alle Beine von unseren berühmten Fußballern schon ausgiebig angeguckt. Ja. Welche machen dich am meisten an? Wie bitte? Welche Beine von welchem berühmten Fußballer machen dich am meisten an? Ich finde sowas wie Michael Ballack oder Miroslav Klose sowas zum Beispiel. Ja. 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 Ja, also da ist ja wahrscheinlich schon ein Drang, das irgendwann mal auszuleben, ne? Ja, das stimmt, aber irgendwie, das ist zur Zeit nur, also das spielt sich nur erstmal in meinen Gedanken. Könnte es denn sein, dass da noch ein bisschen mehr schlummert, aber du das gar nicht so noch oben kommen lässt? Also ich, das weiß ich selber gar nicht. Weiß man nicht. Müsste man ausprobieren. Das würde ich auch sagen. Auf jeden Fall klare Ansage sind die Beine. Ja. Hast du denn auch in deiner Bude so Fotos von Männerbeinen hängen? Also wenn, dann gucke ich mir das übers Internetcomputer dann an. Kannst du dir zu Hause nicht hängen haben, wenn du besuchst Christian und Sinti? Ja, genau. Dann lade ich mir die Freunde ein und dann fragen sie, was hast denn hier die ganzen Männerbeine? Ja. Da musst du aber, du spielst selbst Fußball, sagst du, ne? Ja, genau. Da musst du aber auch aufpassen, dass die das nicht so merken, wenn du denen auf die Beine starrst. Ja, also ich versuche das so gut wie möglich zu unterdrücken. Ja, denn dann hast du schnell einen Ruf weg. Ja, das weiß ich. Und deswegen, also da möchte ich ja auch nicht, also dass die das unbedingt wissen. Müssen die Beine lang sein? Ähm, Hauptsache schön trainiert und behaart. Schön trainiert und behaart. Bist du mit deinen Beinen zufrieden? Äh, ja. Ja? Die sind also schön trainiert und behaart? Äh, nicht so ganz ausgeprägt trainiert, aber auch behaart. Ja. Kannst du dich erinnern, wie alt du warst, als du zum allerersten Mal das so wahrgenommen hast, dass du das schön findest? Ich glaube, das müsste mit 15 oder 16 gewesen sein. Ja, und dann wischt man das noch irgendwie weg und das ist einem gar nicht so bewusst, ne? Ja, also ich hab das erst, ich hab das fing ja an, da hatte ich mir das ja alles betrachtet und so und dann hatte ich mich dann intensiver damit mal auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, bist du im Moment in einer Beziehung? Äh, also ich war in einer Beziehung. Ich hatte ihr Wein, ich hatte meiner Freundin rein Wein, also Ex-Freundin rein Wein eingeschenkt und sie hat das natürlich in falschen Hals bekommen und dachte, ich wäre schul und ja. Ich dachte jetzt, die hätte großherzig gesagt, okay, mach mal oder empfinde, wie du willst, aber sie hat das in den falschen Hals reingekriegt. Genau. Äh, wie lange dauerte die Beziehung? Ja gut, also wir waren zwei Wochen zusammen. Ach so. Und ich hatte mir irgendwann, weil ich bin ja so ein Mensch, das frisst mich schnell was auf, also es muss am besten schnell am liebsten aus mir raus und ja, und dann hatte ich gesagt, hier, Schatz, ich wollte mir was gesessen. Ja, und dann war natürlich die Kacke am Dampfen. Sie hattest dir nicht geglaubt, dass es nur die Beine sind? Genau, sie hat sich schon mehr daraus gesponnen, dass ich noch was mit den Männern dann habe und so weiter. Und hat dich wahrscheinlich auch gelöchert? Hast du schon mal, willst du denn mal? Ja, und ich habe mir das versucht zu erklären, aber das ging partout nicht in ihren Kopf rein. War das die einzige Frau, die deshalb dich verlassen hat? Ich hatte davor noch eine. Und der hast du auch gesagt und die ist auch gegangen? Ja, aber der hatte ich das erst später gesagt. Ach so. Ja, jetzt hast du schlechte Erfahrungen gemacht. Wie machst du es bei der nächsten Frau? Ja, also das sollte mir, also gut, also sie sollte auch irgendwann, also vielleicht nicht gleich am Anfang damit raus, aber vielleicht irgendwann mal später damit. Mensch, die Frauen sollen sich nicht so anstellen. Die Frauen gucken auch auf Frauenbeine und finden die manchmal auch erotisch und toll und ich finde es toll, dass du so offen mit umgehst. Und das ist halt eine spezielle Neigung von dir, die wahrscheinlich äußerst wenig verbreitet ist. Aber dann ist es so, wie es ist. Ich finde es in Ordnung. Ja, also ich stehe da ja auch zu. Ja. Also ich wünsche dir mal einen Typ, vielleicht ergibt sich das ja irgendwie, vielleicht gibt es ja mal so eine Konstellation, dass du einen Typ triffst, bei dem du das einfach mal ausleben kannst, ohne dass da große Verwicklungen entstehen. Und dann wäre das ja interessant für dich, ob das dabei bleibt oder ob da einfach dann, ja, etwas aufgemacht, ein Fass aufgemacht wird. Weiß man nicht. Das stimmt. Weiß man nicht. Valerian, du hast einen sehr interessanten, ungewöhnlichen Namen. Was ist das für ein Name? Das weiß ich sehr. Also ich habe nicht zwar nach meinem Namen nachgefragt, aber ich weiß nicht genau, wo der herkommt. Valerian. Wenn ich Valerian Domian heißen würde? Das wäre schon zu übertrieben. Valerian Domian. Aber du heißt ja auch in Wirklichkeit Jürgen. Ich heiße Jürgen und mit Nachname Domian, ja genau. Ach so, ja. Mein Lieber, viel Spaß mit dem Männerbein. Okay, also ich wollte nochmal sagen, deine Sendung ist top, mach weiter so. Dankeschön, Valerian. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer und unsere E-Mail-Adresse domian.wdr.de. So, hier ist der Lars und Lars ist 36. Hallo Lars. Hallo Jürgen. Zum Thema Beine, auch du. Auch ich, ja. Ja, warum? Ich habe mit gerade 21 einen netten Motorradunfall gehabt auf der Autobahn. Habe mich über eine Leitplanke in ein Autobahn-Schild gewickelt und bin dann nochmal so gute 60 Meter hinter dem Autobahn-Schild dann im Graben liegen geblieben. Bin wieder zu Bewusstsein gekommen und habe gedacht, jetzt musst du mal gucken, dass du hier wegkommst. Und musste dann nach zweimaligem Versuch aufzustellen feststellen, dass der rechte Fuß weg war. Ja. Der lag dann 60 Meter hinter mir beim Motorrad. Mhm. Immer noch im Stiefel. Und du hast versucht aufzustehen? Ja, ja. Und bist wieder zusammengekracht? Ich war einmal richtig aufs Gesicht gefallen. Ja. Schmerzen gehabt in dem Moment? Nein. Nein. Hört man oft, dass wenn sowas Schlimmes passiert, dass das Gehirn dann irgendwie abschaltet? Wahrscheinlich wären die Schmerzen so unerträglich, dass man sie eh nicht aushalten würde. Ich gehe davon aus, dass der Körper in dem Moment so viel Adrenalin und Endorphine ausschüttet, dass der Körper nicht mehr werden konnte. Mhm. Und das hast du in der Sekunde dann schon realisiert, dass der Fuß weg war? Ja, ich bin wach geworden, habe den Himmel gestarrt. Ich denke, steiße, Karre kaputt. Ja. Rieße mal zu, dass er die Trümmer irgendwie weggeräumt kriegt oder überhaupt mal guckt, was los ist. Und habe mich umgedreht, wollte aufstehen und bin halt aufs Gesicht gefallen. Und dann denke ich, was ist das denn? Die Böschung kann doch wohl nicht so steil sein. Ja. Ich bin dann nochmal aufgestanden und dann habe ich gemerkt, also irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Ja. Habe mich dann auf den Rücken gedreht und mein Bein am Knie angefasst und habe dann gleich gemerkt, also irgendwie ist das Bein merkwürdig leicht. Wie ist denn das, wenn so ein Fuß abgerissen ist? Pulsiert das Blut daraus? Das kann ich dir nicht sagen. Das war nachts. Ich habe nichts gesehen. Wie lange hat das gedauert, bis man bis Hilfe kam, bis man dir geholfen hat? Das kann nicht lange gedauert haben. Ich habe hinterher Fotos gesehen von der Unfallstelle. Da lag also auf dem Seitenstreifen. Hatten sie mich abgelegt. Kann nicht lange gewesen sein. Daneben lag mein Helm und diese Blutlache war von der Größe im Vergleich zum Helm. Ich schätze mal Meter mal Meterfünfzig war es in der Engel. Hattest du Schuld? Warst du zu schnell gefahren? Nee, gar nicht. Ich hatte einen Stopper. Das Ding fuhr gerade mal 120. Warum, wieso ich da einen Abflug gemacht habe, kann ich bis heute noch nicht sagen. Bis heute nicht. Was hat man dann gemacht? Du bist ins Krankenhaus gekommen. Konnte man den Fuß irgendwie annähen? Manchmal geht das ja nach Unfällen. Nee, der war abgequetscht. Das ist, als wenn du eine Fleischwurst mit einem Koteläckhammer durchtrennst. Also der Fuß war verloren? Eine Heile. Der Fuß war weg? Der war komplett hin. Definitiv. Nur sind viele Jahre vergangen seitdem. Wie hast du dich jetzt mit dieser Behinderung arrangiert? Ach, das ging eigentlich. Ich bin schon zwei Tage später auf Intensivstation nicht wach geworden. Und bin dann, beziehungsweise ich habe die frühste Erinnerung, die ich habe, war, ich liege im Bett, war noch sediert, also ruhiggestellt. Hab das zwar mitbekommen, direkt den Tag nach der OP, wenn jemand im Zimmer war. Ich konnte mich aber nicht rühren. Und dann standen meine Eltern drin. Und mein Vater hat dann den Chirurgen, der mich dann zusammengefliegt hat, gefragt, ob er mir denn schon gesagt hätte, dass ich Beinabwehr. Das Bein? Die erste Erinnerung, die ich habe nach der OP, bitte? Das Bein? Ja, das Bein, den Unterschenkel. Achso, so weit war es. Ich habe zwar nur den Kurz über dem Knöchel, den Fuß verloren, der musste aber abgenommen werden, bis 13 Zentimeter unterm Knie, weil das alles vertrümmert war. Das war alles Matsch. Achso, das heißt, das halbe Bein ist weg, kann man sagen. Ja, ja, das ist schon gut. Knie habe ich noch. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das kommt immer so drauf an, wie ich gerade so dran bin mit dem Bein. Ich habe auch mal Tage, wo das nicht so toll ist. Und da wünsche ich mir dann schon mal, naja, wäre es vielleicht besser, wenn das Knie nicht mehr da wäre. Ehrlich, weil das Knie dann wehtut, oder? Nein, der Stumpf ist relativ kurz. Also es wäre vorteilhafter, wenn der Stumpf länger wäre, weil ich dann mehr Kontrolle hätte über die Prothese. Achso. Und auch gar nicht so viele Druckstellen hätte. Ich bin also zwischen an dem Bein wegen Absessen und so, glaube ich, zwölf oder dreizehn Mal operiert worden. Achso, und diese Abszesse entstehen durch die Druckstellen, die die Prothese verursacht. Richtig. Ja. Das ist so eine Prothese, mit der du, wenn du mal gerade keine Druckstellen da sind und nichts entzündet ist, kommst du mit der ganz gut klar? Ich komme hervorragend klar. Ich fahre Inlineskates, ich fahre Rad. Ich habe jetzt vor drei Jahren als Elektriker gearbeitet, also Industrie auch. Bin auch auf Kranbahnen rumgeklettert und auf Leitern und so weiter, da habe ich keine Probleme mit. Ja. Bist du verheiratet oder hast du eine Freundin? Äh, ich bin seit vier Jahren Single. Ja. Also ich habe zwei Beziehungen gehabt in den Jahren vorher. Und danach keine mehr? Doch. Jetzt seit vier Jahren bin ich eigentlich so gut, man lernt mal jemanden kennen, aber das ist... Ist das für dich irgendwie eine... bist du da gehemmt, wenn du eine Frau kennenlernst? Äh, die sieht das ja nicht im ersten Moment wahrscheinlich, wenn du dich so gut bewegen kannst mit der Prothese. Ich bin schmerzfrei. Bitte? Da bin ich relativ schmerzfrei, das sage ich also direkt von Anfang an. Also keine Hemmungen, kein Scham? Nein, da muss ich ja nicht, da kann ich ja nichts für. Nee, natürlich nicht, aber... na klar, natürlich nicht, aber manche empfinden ja so, die betroffen sind wie du. Denen kann ich dann aber auch nicht helfen. Mhm. Das heißt, wenn es auch zu intimen Situationen kommt, wenn du mit einer Frau schläfst, ist das für dich kein Problem? Nee, nicht wirklich, nein. Das heißt aber, du redest mit der Frau vorher und erklärst dir das? Oder wie machst du das? Wenn ich die also insofern schon so weit kennengelernt habe, dass ich also da wirklich Sympathien für hege und mir einbilde, da könnte was draus werden. Also von vornherein, du weißt aber, dass mir der Unterschiede fehlt und nicht, dass es eine böse Überraschung gibt. Wie reagieren die Frauen darauf? Eigentlich recht positiv. Also ich habe bis jetzt noch nicht groß negative Erfahrungen damit gemacht. Ah ja. Und dass du jetzt so lange solo bist, das hat damit nichts zu tun? Nein, mit den beiden nicht mehr. Hat gar nichts zu tun. Was machst du heute beruflich? Du hast gerade gesagt, du hättest bis vor kurzem als Elektriker gearbeitet. Was machst du heute? Ja, ich bin jetzt arbeitslos. Bist jetzt arbeitslos? Seit drei Jahren, ja. Ja. Was aber auch wiederum nicht damit zusammenhängt, sondern das hat andere Ursachen. Nee, nee, das hängt schon damit zusammen, weil ich jetzt aufgrund der Unterschenkelamputation und anderer kleiner Wehwehchen 70% Schwerbehinderung habe. Ah ja. Und ich noch niemanden gefunden habe, der sich traut, mich einzustellen. Das heißt, du könntest durchaus, du traust dir das zu, als Elektriker wieder zu arbeiten? Natürlich. Ich bin auch nur arbeitslos, weil die Firma, bei der ich gearbeitet habe, Probleme hatte. Ah ja. Und ich der Einzige war, beziehungsweise einer von zwei Kollegen, der nicht verheiratet ist, warum keine Kinder hatte. Nun hatten wir gerade am Anfang den Björn, der unter die Straßenbahn oder U-Bahn gekommen war, Straßenbahn. Der hatte enorme, du warst noch sehr frisch alles, der hatte enorme psychische Probleme damit. Wie war das bei dir, die ersten Monate oder das erste Jahr? Ja, psychische Probleme insofern, dass ich Panikattacken hatte. Ich bin also nachts wach geworden, schweißgebadet, zitternd, desorientiert und wie so ein kleines Kind. Wenn ein kleines Kind einen Albtraum hat und dann nicht weiß, wo es ist. Aber das lag wahrscheinlich eher an dem Unfall an sich und nicht daran, dass du dein Bein verloren hast. Richtig. Ah ja. Das heißt also, diese Amputation letztendlich, die hast du seelisch eigentlich ganz gut weggesteckt. Natürlich. Ja. Ich habe mich auf das Motorrad draufgesetzt. Ich wusste, was mir passieren kann. Und wenn es dann passiert, dann muss ich mich halt irgendwie damit arrangieren. Ja, sehr pragmatische Einstellung. Kriegt nicht jeder so auf die Reihe. Ich finde es gut, dass du es so hinkriegst. Das erleichtert dir wirklich viel in deinem Leben. Ich habe keine andere Wahl. Bist du nochmal Motorrad gefahren danach? Ich bin danach, ja, um die Panikattacken loszuwerden. Ach, ja, dann bist du aber ein taffer Kerl. Ich habe keine andere Wahl. Das finde ich aber bemerkenswert. Ich habe meine Probleme, die ich habe, irgendwie anfassen. Das heißt, du gehst in die Angst rein, um die Angst zu besiegen? Ja, natürlich. Wenn mich jemand angreift, dann gehe ich auf ihn zu und wehre mich. Ja. Und so auch wehrst du dich gegen die Angst. Ich meine, wenn man das kann, ist das natürlich eine gute Methode, auch mit so Panikattacken, wie du sie gerade gestellt hast, umzugehen. Finde ich gut. Finde ich respektabel, wirklich. Lieber Lars, da wünsche ich dir, dass du einen neuen Job findest. Und ich bin da ganz optimistisch. So vital, wie du klingst, wirst du dich schon weiter durchboxen. Ja, ich würde es hoffen. Ich glaube es schon. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Tschüss, Lars. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch mal, möchte ich euch auf ein sehr, sehr vorbildlich, so ein tolles Projekt hinweisen der Kollegen von WDR 5. Morgen nämlich, morgen Abend, das heißt heute, Freitag genau genommen, um 22 Uhr beginnt im Rahmen der Lit Cologne, das ist die große Literaturmesse hier in Köln, das große Literaturmarathon von WDR 5, und das heißt, Prominente werden 24 Stunden nonstop aus Werken der Weltliteratur vorlesen. Und das lesen unter anderem vor Alfred Biolek, Frank Plasberg, Keller von Sinn, Konrad Beikircher, Dirk Bach und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Ganze wird live auf WDR 5 im Radio und auch im Fernsehen im ARD-Digitalkanal 1-Festival übertragen. Also es fängt an, Freitagabend um 22 Uhr und dann 24 Stunden Literaturmarathon auf WDR 5. So, wir machen weiter mit unserer offenen Sendung und ich bin jetzt gespannt und freue mich auf die Tina. Und Tina ist 41 Jahre alt. Hallo, Tina. Hallo, guten Morgen, Jürgen. Hallo, guten Morgen, Tina. Warum hast du mich zum Thema Beine angerufen? Ja, mein Thema zu Beine ist, ich bin mit zwei Klumpfüßen geboren und ich war also zwei Stunden nach der Geburt schon eingegipst, die ganzen Beine. Zwei Stunden nach der Geburt? Ja. Diesen kleinen Wurm hat man schon die Beine eingegipst? Ja, weil die Gipse werden ja über die kleinen Füßchen gerutscht und da musste man das eigentlich bis ganz oben eingipfen. Ja. Wie sahen denn deine Füßchen aus, als du geboren wurdest? Also, man müsste sich das so vorstellen, ich hätte jetzt meine Fußsohlen anschauen können. Ach so, so verdreht. Die waren also so, ja, nach innen verdreht, die Fußsohlen. Ja, innen verdreht. Ja, genau. Dass man praktisch, ich hätte die Fußsohle anschauen können. Und waren die Füße oder sind sie vielleicht heute sogar noch, Klumpfuß heißt ja auch, dass sie verdickt sind, die Füße. Gar nicht mehr, gar nicht mehr. Nein, gar nicht mehr. Gott sei Dank. Also, wie lange hast du dann das kleine Baby diesen Gipsverband tragen müssen? Ja, man hat halt damals wahrscheinlich versucht, diese weichen Füßchen irgendwie zu begradigen durch den Gips. Aber ich musste dann mit zwei, mit vier, mit sechs und mit acht Jahren operiert werden an beiden Beinen. Das war dann also achtmal bis zum achten Lebensjahr und dann war mal Pause. Was ja auch schlimm ist für so ein Kind. Das war sehr schlimm, ja. Ich hatte da Schienen und... Und lange Krankenhausaufenthalte wahrscheinlich. Ja, und Kinder können auch grausam sein. Was ist hier passiert mit Kindern? Na, man wurde halt teilweise auch gehänselt wegen den Schienen und so. Und ja, das war schon manchmal recht heftig. Ja? Ja. Und wie war es dann, als du älter wurdest? Also, ich irgendwie selbst, meine aller, allergrößte Stärke war mein Papa. Das muss ich, wenn ich heute zurückdenke, der hat mein ganzes Leben geprägt. Der hat mich so stark gemacht. Der hat immer gesagt, ich bin was Besonderes. Und alle, die lachen, die sind dumm. Und ich weiß nicht, ist es lustig, aber es hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und ich habe dann praktisch die Jugendzeit, als ich dann 18 wurde, wurde ich nochmal dem Professor vorgestellt. Und dann hieß es also, nochmal OP oder nicht. Und das war dann so diese Zeit mit höheren Schuhen. Ich hatte dann oft Stöckelschuhe an, weil die Achillessehne war verkürzt durch diese ganzen OPs. Das war also, einen rebellischen Klumpfuß hatte ich. Der hat sich nach den OPs immer wieder zurückgezogen. Und dann hat der Arzt gesagt, wie sieht das aus mit OP? Und ich war ja immer in 18. Ich wollte das dann nicht mehr. Dann habe ich gesagt, nein, ich ziehe meine hohen Schuhe an und fertig. Und ich habe also auch alles gemacht. Ich war im Disco und ich war überall. Und ich hatte auch sehr viele Freunde, schon als Kind. Ja, und das hatte ich dann belassen. Und dann habe ich aber mit 26 einen sehr schweren Autounfall gehabt. Ach, also lass mich nochmal fragen. Bis 26 hatte sich das aufgrund der vielen Operationen im Kindesalter, hatte sich das relativ gut reguliert. Kann man das sagen? Für mich persönlich. Also die Ärzte, die mich mit 26 dann nach diesem Unfall gesehen haben, die haben also gesagt, die OP für die Klumpfüße, die hätte man zu meiner Zeit schon besser machen können. Ach so. Was ist denn bei diesem Autounfall dann alles passiert? Das war auf einer Bundesstraße. Da hat ein anderer überholt und hat mich angeblich nicht gesehen bis zum Schluss. Und ich habe Gott sei Dank ein sehr stabiles Auto gehabt. Und da ist also das Bodenblech von meinem Auto 30 Zentimeter reingekommen und hat den linken Fuß wieder zertrümmert. Und am rechten hatte ich das Gelenk durchgebrochen. Also gerade die empfindlichsten Stellen, die du hast in deinem Körper, sind dann wieder verletzt worden. Ja, aber wenn ich das heute positiv sehe, dann habe ich dadurch ja dann erst die Super-OP bekommen. Ach so. Wo mich heute eigentlich laufen lässt, fast, also in Kleidung unsichtbar, man sieht gar nichts mehr. Ach, man sieht gar nichts mehr. Nein. Aber, also beim Laufen sieht man nichts. Beim Laufen sieht man gar nichts. Wenn man die Füße sich anguckt, sieht man schon, dass da einiges nicht so aussieht wie beim normalen Fuß. Ja, wenn ich jetzt ins Schwimmbad gehe und man sieht es so. Gut, ich muss dazu sagen, in meiner Jugendzeit habe ich angefangen, mich optisch sehr von den Füßen abzulenken, sage ich jetzt mal. Ich habe mich so gestylt, sage ich jetzt mal. Ich bin so ein blonder, langhaariger Typ. Dass die Leute immer woanders hingucken, bloß nicht auf die Füße. Genau, genau. Und das hat auch voll funktioniert. Also, lass mich mal fragen, dann gab es nach diesem Autounfall, gab es nochmal eine sehr große Operation. Ja. Und danach hast du dich dann mit den Füßen so erholt, dass du sagst, ich bin eigentlich ganz zufrieden und froh. Total angefreundet, ja. Also, er hat dieser Autounfall fast ein, wo du hättest dich ja auch sowieso operieren lassen können nochmal. Ja, aber ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht, weil die Erinnerung an die Kindheit, so das Trennen von den Eltern und dieses Ganze drumherum. Ich war da als Kind vier Monate am Stück im Krankenhaus und so in Schule verpasst und dann habe ich freiwillig wiederholt. Ja, da schiebt man das gerne vor sich hin oder man lehnt es ab. Wenn man so sein ganzes Leben so ein Komplex hatte, dein Komplex waren die Füße, dafür hast du dich wahrscheinlich geschämt und die hast du verstecken wollen. Genau. Das prägt ein Jahr, ein Leben lang. Ist das heute auch immer noch so ein bisschen latent da, dass du dich für die Füße schämst? Ja, also meine Lieblingsbeschäftigung ist immer noch nicht Schwimmbad gehen, aber ich sage mal, ich habe jetzt heute auch vier Kinder. Ganz klar muss ich dann auch dahin und ich habe da heute auch kein Problem mehr. Und so in Partnerschaften im Bereich Sex? Gar nicht. Ich muss auch sagen, ich habe ganz ehrlich, ich habe auch immer tolle Männer abgekriegt. Es ist nie so, dass ich da irgendwie wegen den Füßen jetzt drunter leide, leiden müssen. Du hast vier Kinder. Ja. Hat man da nicht die Angst, dass das eine oder andere Kind vielleicht auch mit so einem, ich sage mal, Defekt in Anführungszeichen auf die Welt kommt? Die ganze Kindheit habe ich mich ja gefragt. Meine Mama hat nicht geraucht, aber trotzdem, ich werde heute so sauer, wenn ich Schwangere sehe, die rauchen, weil die Kinder können wirklich überhaupt nicht dafür irgendwas und die können sich nicht entscheiden und gar nichts. Und ich finde das so eine Frechheit, wenn ich das sehe. Ja, definitiv. Aber ein ganz anderes Thema. Weiß man mittlerweile, ob so etwas vererbbar ist? Weiß ich nicht genau. Aber du hast auf jeden Fall immer Angst, wenn ein neues Kind kam und schnell auf die Füße geguckt. Ja, voll. Aber meine hatten immer die beste, es gibt ja immer so sichere Füßchen und so, aber meine hatten immer die schönsten Füße. Dann werden die Kinder jetzt belohnt. Ja, doch. Also heute ist gar kein Problem. Und ich wollte nur noch dazu nochmal sagen, ich hatte also dann vier Jahre später hatte ich nochmal einen schweren Reitunfall. Auch noch? Und ich bin auch auf die Füße gegangen. Mann, du hast aber auch ein Pech. Ja. Also nach diesem Autounfall? Ja. Kam dann vier Jahre später nochmal ein Reitunfall. Ja. Und wieder auf die Füße. Ja. Auf einen Fuß. Und diese ganzen Sachen, die waren ja nie von mir verursacht. Ja. Also es war immer so von außen. Ja. Ich habe das nie aussuchen können. Und ich frage mich halt bis heute, warum. Das mache ich wirklich schon noch. Und... Aber dieser Unfall, den hast du dann auch wieder gut überstanden? Den habe ich auch gut überstanden. Und was war da kaputt? An einem Fuß hast du? Ich bin auf dem linken Fuß. Das war ja eigentlich die OP nach dem großen Unfall mit 26. Ja. Da musste ich über ein Jahr warten, bis ich zur OP kommen konnte, weil das Knochenkalk war bei mir an den Füßen zu schwach, um das... Also da musste ich auf die OP schon mal eine Weile warten, über ein Jahr. Und dann vier Jahre später passiert ein Unfall. Und dann ist praktisch von da ab zweieinhalb, drei Jahre später wieder dieser Unfall. Oder so, ja. Ja. Und das war irgendwie alles noch so frisch und ich weiß nicht. Und war das denn auch gebrochen oder was war da in dem Unfall? Ja, das war das ganze linke Bein dann halt, aber es war Gott sei Dank nicht gebrochen. Es waren Prellungen von unten. Und ich konnte da zwar eine Weile nicht laufen, aber... Das Schicksal hat irgendwie ein bisschen Jeck, ne? Das ist immer auf deine Füße, das abgesehen. Total, ja. Aber wie gesagt, ich danke da meinem Papa, der hat mich da sehr stark gemacht. Das ist wichtig. Und ich denke, das war einfach wichtig, wenn Leute irgendwie kranke Kinder kriegen, egal von was oder durch was, man muss die einfach bestärken. Sehr, ja. Sehr. Das ist das ganze Schwache, das kommt dann von aus. Gut, dass das bei dir alles in Ordnung ist und vor allen Dingen auch gut, dass deine Kinder ganz gesund sind. Ja, doch. Liebetina, danke für deinen Anruf. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Elandro. Elandro? Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Heute sind die Männer mit den seltsamen Namen hier bei mir. Ja, Leandro, um genauer zu sein. Leandro. Leandro, genau. Leandro. Ja, und zwar rufe ich auch zu deinem Thema Beine an, weil ich bin gebürtiger Brasilianer und damals in Brasilien auch wohnhaft gewesen. Wo warst du in Brasilien? In Brasilien wohnhaft gewesen. Wohnhaft, ja. Ja, genau. Und mein leiblicher Vater dort, der hatte mir damals das Bein abgehackt. Wie bitte? Betteln, also das sollte das, ja, Mitleid finden und, ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal öfters gehört. Nee. Moment mal, langsam mal, dein leiblicher Vater hat dir als Kind das Bein abgehackt, damit du betteln sollst, um Geld zu verdienen? Ja, genau. Aber das ist jetzt kein Einzelfall. Also das Problem war halt, der hatte das natürlich ohne medizinisches Equipment gemacht. Wie alt warst du, als der das gemacht hat? Ich war noch super jung. Ich war zwei Jahre. Der hatte zu Hause mit einem Bein dein Bein abgehackt? Ja, ja. Und ich meine, okay, wie gesagt, der hatte kein medizinisches Equipment. Und man kann sich vorstellen, wie sowas natürlich dann aussieht. Der hatte das natürlich auch ohne Betäubung gemacht. Und aufgrund genialer Nachbarn oder guter Aufmerksamkeit meiner Nachbarn ist dann doch noch Hilfe gekommen. Und ich bin dann ins Heim. Mein Vater ist dann im Bau, wobei da natürlich jetzt nicht für mich heute mehr abzusehen ist, wie lange er da jetzt da war. Und auch immer, das stand für mich damals auch weniger im Vordergrund. Du kannst dich aber, wenn du zwei Jahre alt warst, du kannst dich daran nicht erinnern? Nee, daran nicht. Also an die Zeit natürlich schon noch. Ich habe ja dann auch noch zweieinhalb Jahre in Brasilien verbracht. Im Heim dann? Genau, im Kinderheim in Brasilien. In einem Kinderheim. Aber an den Moment, wo das passiert ist, kann ich mich nicht erinnern. Nee, nee, ist klar. Und wie hat es dich dann nach Deutschland verschlagen? Ja, ich bin dann adoptiert worden. Und bin im Grunde genommen von da an ja auch ganz normal hier aufgewachsen. Und in einer Familie, die dich gut behandelt hat? Ja, genau, in jedem Fall. In jedem Fall. Ich habe natürlich dann auch, ich weiß nicht, mit fünf, sechs so eine Prothese bekommen. Damals waren die natürlich noch grausam schrecklich. Ich weiß nicht, ob du noch diese Holzprothesen erkennst. Ja, aus dem Fernsehen. Also ich bin Oberschenkel amputiert. Also das ganze Bein ist weg? Ja, genau, das ganze Bein ist weg. Und desto mehr weg ist natürlich, desto schwieriger ist es dann natürlich, so eine Prothese zu kontrollieren. Wie ist es denn heute? Hast du heute mit der Prothese immer noch Schwierigkeiten? Nein, heute nicht mehr, glücklicherweise. Ich habe so ein V-Lag, also das ist ein Modell, das ist seit wenigen Jahren auch erst entwickelt. Das ist halt mit Computerchips. Das ist jetzt nicht operativ in den Stumpf oder in die Hüfte da investiert, sondern das ist so eine externe Prothese, wo im Kniegelenk halt zwei Computerchips drin sind und im Unterschenkel und Oberschenkel so Sensoren drin, die so die Winkel messen zwischen dem Unterschenkel und dem Oberschenkel. Achso, und dadurch geht das Gen einfacher. Genau, und die messen auch die Bodenbeschaffenheit im Verhältnis stehen zum Unterschenkel. Das ist natürlich sehr, sehr komfortabel und ist viel besser als die alten Modelle von früher. Genau das. Sag mal, jetzt muss ich aber nochmal auf die Vergangenheit zurückkommen. Als du denn älter wurdest hier in Deutschland, in welchem Alter hat man dich adoptiert? Wie alt warst du da? Viereinhalb. Viereinhalb, gut. Als du denn älter wurdest, kam ja wahrscheinlich irgendwann mal so die Frage, wo ist mein Bein? Ja, das schon. Wie hat man dir das erklärt als Kind? Also meine Mutter, die war da schon immer recht offen, zumal es natürlich auch keinen Sinn gemacht hätte, da jetzt mir irgendwas zu erzählen und weil früher oder später hätte sie es ja so oder so mir mitteilen müssen. Also hat man dir als Kind schon diese brutale Aktion erzählt? Ja, wobei, ich meine, zumal die Verhältnisse jetzt in dem Heim danach waren natürlich auch nicht unbedingt die schönsten. Ein Kinderheim in Brasilien ist in keinster Weise vergleichbar mit einem Kinderheim hier das Paradies. Aber dein leiblicher Vater, das waren ganz arme Leute vermutlich, dennoch ist er dafür dann belangt worden und ins Gefängnis gekommen, wie du es gerade gesagt hast. Es ist für mich natürlich, ich habe es auch nicht weiter verfolgt, ob er da die ganze Zeit eingebüßt hat. Ja, du hast nie mal irgendwie versucht, die Familie zu suchen, die Mutter oder es gibt wahrscheinlich bestimmt nur Geschwister, du weißt gar nicht. Drei ältere Schwestern, die hatte der auf den Strich geschickt in Brasilien, in Sao Paulo und wie heißt es, bei mir, ich bin natürlich jetzt der einzige Junge gewesen, war das natürlich so jetzt nicht möglich oder sah er keine Möglichkeit, wie auch immer und hatte mir dann halt zum Schinden das Bein abgehakt. Ich muss zugeben, zwei wichtige Punkte sind, das eine ist, dass ich meinem Vater wirklich auch nicht böse darüber bin, meinem leiblichen Vater, was viele nie verstehen, also ich erzähle das auch nicht jedem, aber Freunde oder so, oder Nahestehende, wenn ich denen sage, ich bin ihm nicht böse, die gucken mich an. Warum bist du ihm nicht böse? Aber in dem Moment, wo ich da eine emotionale Bindung aufbauen würde, wäre das für mich natürlich, wäre das schon zu viel einfach. Achso, du sagst, allein das Böse sein wäre schon zu viel Emotion für diesen Mann. Ja. So meinst du das? Ja. Weil so nach objektiven Kriterien muss man ihn ja abgrundtiefer achten für das, was er getan hat. Ja, wobei auf deiner Seite, ich habe natürlich jetzt auch nicht mehr davon, dass ich ihn hasse und andererseits, es ist fast schon ein bisschen zynisch, aber das war vielleicht meine Karte in die westliche... Vielleicht, vielleicht. Nein, ich meine, Leandro, was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass du, du hast ja komplett damit abgeschlossen. Und was würde es dir bringen, wenn du jetzt hier zornig und voller Hass wärst, diesem Mann gegenüber, den du nie kennengelernt hast, das würde dein Leben jetzt ja auch zerstören. Ja, das stimmt auch. Insofern ist deine Einstellung, finde ich, auch richtig. Also ich muss zugeben, so gänzlich abgeschlossen damit habe ich es nicht. Ich glaube auch nicht, dass man das tun kann. Also ich hatte damals zum Beispiel mit jungen Jahren mit 13 schon schwerste Depressionen und fast schon bis zum Endstadion. Was heißt das? Was heißt das bis zum Endstadion? Ja, also ich wollte mich damals auch umbringen mit 13 und kannte noch gar, obwohl ich überhaupt nicht die Dimension und die Konsequenz wirklich kannte dessen. Aber das war für mich unkontrollierbar und das hat mich natürlich auch in Phasen gestürzt, die sich manchmal gar nicht vorstellen können. Wenn man morgens aufsteht und man denkt sich, mein Gott, warum muss ich nur aufstehen? Warum sterbe ich nicht von jetzt auf gleich? Sag mal, hast du, du weißt gar nichts, was aus deinen Schwestern geworden ist? Nein, nein. Also ich hatte zwar zwischenzeitlich die Möglichkeit auch nochmal rüber zu fliegen, das wäre mir auch ermöglicht worden. Aber ich glaube, es würde mir noch zu schwer fallen. Das heißt, du warst noch nie in Brasilien? Ich war seitdem nie wieder dort. Seitdem natürlich, ja. Es ist für mich schwer einzuschätzen, ich bin also eher kalkulativer Typ. Ne, dann mach es auch nicht, wenn du nur irgendwelche Bedenken hast, dann mach es nicht. Dann bin ich halt vorsichtig. Also ich muss es zwar schon noch vor und muss sogar zugeben, ich habe sogar den Wunsch, irgendwann vielleicht gänzlich wieder zurück zu emigrieren. Na ja, mal langsam. Erstmal hinfahren und gucken und dann sprichst du ja in die Sprache. Ne, ne? Ja, also ich kann da noch einiges von. Also ich spreche aber mittlerweile besser Spanisch. Ah ja, ah ja, das ist ja ein bisschen verwandt. Genau, aber eigentlich spricht man dort Portugiesisch und ich denke, ich komme da auch schnell wieder rein. Ja, von deiner Mutter weißt du auch nichts. Nein, nein. Aber ich muss zugeben, ich würde mir wünschen, dass ich dann dennoch den Kontakt zu allen, inklusive meinem Vater dort, auch nochmal, insofern das natürlich möglich ist. Ach so, das heißt, du würdest sogar diesem Mann gegenübertreten wollen. Ja, wirklich. Wenn er noch lebt überhaupt. Wenn er überhaupt noch lebt. Ja, ja, das muss man wohl auch sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass meine Schwestern oder irgendjemand von denen noch lebt, ist quasi 1 zu 10.000. Aber es ist sehr gering. Ja, man nennt ja die armen Viertel in Brasilien Favelas. Favelas. Also wenn die Leute eine Geburtsurkunde haben, dann ist das schon so viel, das kann man eigentlich gar nicht erwarten. Weil das, was hier so natürlich scheint, das ist dort natürlich den Leuten im Regenfall fremd. Ja, also mit dieser Reise würde ich an deiner Stelle auch erst, die würde ich erst antreten, wenn ich hundertprozentig innerlich das Gefühl hätte, das schaffe ich jetzt auch. Ja. Natürlich nicht alleine, am besten mit einem Freund zusammen. Ja. Und da muss man mal gucken, wie alles so auf dich wirkt da unten. Ja. Ja, ich bin gespannt darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für mich ist das in keiner Weise natürlich einzukalkulieren. Was machst du heute? Du bist 21, nee, 22. 22, ja. Was machst du? Ich studiere heute. Ja, was studierst du? Auf Lehramt. Auf Lehramt. Ja, ich muss jetzt vielleicht nicht über die Fächer sagen, weil der Wiedererkennungfeld ist vielleicht schon groß genug. Ja. Und wie heißt es, also mir macht das auch unheimlich Spaß. Also mittlerweile habe ich mich natürlich auch gefunden und gefasst. Wie ist es so mit, ich habe das gerade mit einigen Leuten auch schon besprochen, Beziehungen, Frauen? Ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt heterosexuell. Achso, na gut, dann sagen wir Jungs. Hast du da... Ich habe da keine Probleme. Keine Probleme. Und das heißt, du findest auch Jungs und die haben damit auch keine Probleme? Nein, überhaupt nicht. Also ich muss zugeben, ich bin vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ganz nicht der Bemitleidenswürdigste, aber auch rein äußerlich. Und ich bin glücklich, dass ich das so ein bisschen ausgleichen kann. Also, das heißt, du bist ein ganz hübscher Kerl und dadurch ist das nicht weiter dramatisch. Ja, ja. So kann man es dann, sagst du in aller Bescheidenheit selbst. Ja. Ja, ist doch gut. Das ist doch die Sache. Aber es ist ja wirklich nicht zu schweren. Hast du einen Freund im Moment? Ja, ich habe einen Freund. Seit anderthalb Jahren eigentlich schon. Aber dennoch, das erste Mal, wenn man dann so auch intim wird, ist das nicht immer ein bisschen seltsam? Um den anderen... Ja. Hat man nicht Angst vor der Hemmung der anderen, dass man dann selbst auch gehemmt wird? Ja, also am Anfang hatte ich das auch. Ich muss zugeben, ich bin also noch nicht so lange geoutet, seit zweieinhalb Jahren. Und ja, ganz am Anfang habe ich gedacht, mein Gott, Mendo, du hast keine Chance. Aber dem war es völlig anders. Also, da ist die Resonanz dann doch sehr groß und... Gigantisch war es. Gigantisch. Ja, wirklich. Hey, Ando, das freut mich sehr für dich, dass du so Erfolg bei Männern hast. Das ist doch schon mal eine schöne Nachricht. Und ja, fahr irgendwann nach Brasilien, dann wirst du sehen, ob das dein Land ist. Oder vielleicht reicht auch ab und zu mal eine Urlaubsfahrt dorthin. Ja, genau. Mein Lieber, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir, Dumia. Tschüss. Tschüss. Hier ist Odilo. Guten Morgen. Der Odilo. Ja, es ist wirklich lustig. Heute sind ganz ungewöhnliche Namen hier bei mir. Du bist ein Mann. Vielleicht habe ich auch deswegen angerufen. Odilo. Ich möchte erst mal einen Wunsch vorausschicken. Bitte. Ob ich so ein Autogramm bekommen dürfte. Die Sendezeit sinkt gerade. Ja, natürlich. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Aber jetzt erst mal zu dem Thema Beinen. Bitte, bitte. Ja, also erstens mal, ich möchte mal eine gute Nachricht verbringen. Ich habe meine Frau Beate und ich, wir haben vorhin mitbekommen von einem jungen Mann, der da gelähmt ist. Und da möchte ich mal so eine Nachricht reinbringen. Der darf den Lebensmut nicht sinken lassen. Man muss immer weitermachen. Immer weiter. Redest du aus Erfahrung? Da müsste mal jemand hinkommen, der hilft. Ja. Der die Gardinen wäscht und einfach nur eine Tasse Kaffee trinkt. Ja. Das hilft sehr viel, das weiß ich. Ja. Aus Erfahrung, um deine Frage zu beantworten, ja. Was ist bei dir passiert? Jetzt zu uns. Gar nicht bei mir. Was Schönes. Ja, also ich habe, ich bin erstens mal Lili Putano, muss ich sagen. Also mein Name ist Odilo von der Osten. Das ist ein ganz seltener Name. Ich habe keine Anforschung betrieben. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ja. Aber was ich sagen wollte ist, ich habe eine mitteleuropäische Frau. Mhm. Der Name ist Beate. Die ist 1,65 Meter. Meine Größe ist 97 Zentimeter, steht im Personalauswärts. Ja. Die wirkliche Größe ist jetzt 95 Zentimeter. Ja. Ich bin 27 Jahre alt. Mhm. Und ich bin unheimlich glücklich. Wir sind unheimlich glücklich, ja. Mhm. Sie nickt gerade. Wir sind glückliche Menschen. Also, da kann man sagen, du hast ganz kurze Beine. Und deine Frau hat entsprechend viel längere Beine als du. Ich habe ganz extrem kurze Beine, aber von der Veranlagung her. Natürlich, ja, ja. Ich bin nicht verunglückt oder so. Ja, ja, ja. Und ich war auch eine ganze Zeit bei Zirkus Krone, diesem berühmten Zirkus. Ja. Da war ich als kleiner Junge mit elf Jahren aufgetreten. Aha. Was hast du gemacht genau? Da war ich unter anderem bei den Clowns. Bei einer sogenannten Kanone. Ja. Man nennt die berühmte Kanone im Zirkus. Aha. Und auch in der Manege und bei Hilfsarbeiten, Tierfütterung und so. Ja. Und ich habe es also als kleiner Mensch geschafft, in Anführungszeichen als kleiner Mensch, geschafft, eine Frau zu finden, aus dem Publikum heraus. Ach, genau. Also ich wollte zu fragen, wie habt ihr euch kennengelernt? Aus dem Publikum heraus? Wie war bei Zirkus Krone im Publikum? Nach dem Feierabend, da gab es so eine, es gab hier und da eine Standing Ovation, also so ein Beifall, ein extra Da Capo sagt man in der Oper. Also noch einmal und man hat nochmal extra was gemacht und es gab dann auch so ein, so eine Art Absturz mit Getränken in der Manege. Also die Zirkuswelt hat eine Menge gemacht. Und da war da, war aus dem Publikum deine Frau war dann dazugekommen? Mit glühenden Funken muss ich dazu sagen. Mit glühenden Fahnen und Trompeten. Und hattest du sie während der Aufführung, während der Vorführung, hattest du sie da schon gesehen? Ja. Und sie dich natürlich auch. Es haben, erst Blicke haben sich gefangen und es, es, äh, das ist ja wie eine Geschichte im Film. Wie eine Geschichte im Film, also wirklich, es war, die Sterne, die Sterne funkt neben den Augen, die Pupillen waren Sterne und man ist sich immer näher gekommen, man hat sich direkt da verabredet. Wie lange hat es denn, nach dieser ersten Begegnung, wo das zum ersten Mal gefunkt hat, wie lange hat es gedauert, bis es dann klar war, dass ihr beide ein Paar seid? Also ich von meiner Seite, und das bestätigt sie mir jetzt auch gerade, ich kann sie gerne mal geben. Ja. Ähm, die, ähm, das ist also das erste Mal, als wir uns zum Pizzaessen getroffen haben. Wie lange lag das so, wie, 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 wie Zeit lag dazwischen? Und das haben wir uns an demselben Abend verabredet. Ah, ja, wenn sie, Beate heißt sie, ne? Ja. Dann gib sie mir doch mal rasch. Ja. Beate? Hallo, Domian? Hallo, Beate. Ja. Schön, dich auch noch kurz zu sprechen, weil unsere Sendezeit ist gleich vorbei. Das ist ja eine ganz tolle Liebesgeschichte, die ich da gerade von deinem Freund gehört habe. Ja, das ist Liebe auf den ersten Blick. Aber hallo, aber wirklich, wie sie im Buche steht. Ja. Und unser Thema ist ja heute Beine. Und wir haben gerade schon gesagt, der Odilo hat ganz, ganz kleine Beine aufgrund seiner kleinen Wüchsigkeit. Und du bist eine normal gewachsene Frau. Das war für dich gar kein Problem. Ich war total verliebt. Und das war völlig egal, ob er nun kleiner ist oder ob er eben nicht so ist wie du, das war dir egal? Das war süß, ja. Das war süß. Arbeitet er denn immer noch im Zirkus im Moment? Nein. Sondern, was macht er? Er ist Lehrer. Ah, ja. Also er hat noch Abitur gemacht, nachgemacht, den Lernkurs. Ja. Und hat auch Lehramt studiert. Ah, so. Und wie lange ist das jetzt, wie lange seid ihr zusammen? Wir sind hier zusammen mittlerweile, hm, elf. Wir müssen ein bisschen rechnen. Na, ungefähr. Äh, ich bin, also das war, also das sind jetzt, das werden jetzt elf Jahre. Elf Jahre. Und du bist jetzt ein richtiger, normaler? Am 1. September, das weiß ich immer noch. Und du bist jetzt ein richtig, ganz normaler Lehrer? Ich bin jetzt Lehrer. Ja. Äh, auf Lehramt, beziehungsweise ich werde hier stundenweise in verschiedenen Schulen beschäftigt. Ist denn das so, wie alt sind deine Schüler? Also ich habe, äh, bis Sekundarstufe 2, das heißt, ich habe die zehnte Klasse und die elfte Klasse und die zwölfte in Vorbereitung. Wie reagieren die Schüler auf einen Mann mit, mit, äh... Am Gymnasium. Ja. Wie reagieren die Schüler auf dich? Die erste Stunde ist, ähm... Immer schwierig, sicher. Das ist lustig. Ja. Ja. Wie ein Zirkus. Aber das wird man akzeptiert, weil man bringt ja auch ein Wesen rüber und man hat das ja auch. Ja. Lieber Odilo, die Sendung ist vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch beiden gesprochen zu haben und es ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich gönne euch euer Glück wirklich und es soll auf ewig halten. Das ist toll, du bist ein ganz toller Mensch, mach weiter so. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute, auch dir. Dankeschön. Von eurem Team. Jo, ich riecht's aus. Tschüss. In der Technik, Michael Verhöfen. Morgen haben wir eine freie Themennacht, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen.